In den letzten Tagen ist die NOAA-Bank von einigen Medien scharf kritisiert worden. Die Kritik ging in viele verschiedene Richtungen, aber ich möchte mich auf einen Punkt konzentrieren, der für unsere Kunden und die Öffentlichkeit besonders wichtig ist. Die NOAA-Bank konnte letzte Woche einen fantastischen Erfolg feiern. Wir haben jetzt mehr als 200 Millionen Euro Einlagen für eine neue Bank, ein unglaubliches Ergebnis. Auf der anderen Seite haben wir bisher nur für 11 Millionen Euro Kredite vergeben. Dadurch entsteht eine Lücke, nämlich die Differenz zwischen der Summe unserer Einlagen und der augenscheinlich geringen Anzahl vergebener Kredite. Es gibt für diese Differenz eine simple Erklärung. Ein Tagesgeldkonto ist schnell eröffnet. Die Kreditvergabe braucht dagegen mehr Zeit. Wir müssen die Kreditwürdigkeit eines Kunden prüfen, sein Geschäftsmodell verstehen und entscheiden, ob er in der Lage sein wird, das geliehene Geld zurückzuzahlen. Manchmal verlangen wir auch Sicherheiten, bevor wir Kredite vergeben. Dieser Prozess braucht also seine Zeit. Daher dauert die Kreditvergabe üblicherweise mehrere Wochen. Die große Frage, die sich alle stellen, was machen wir bei der NOAA-Bank mit ihrem Geld? Denn da ist ja diese Lücke. Auf der einen Seite stehen die 200 Millionen, auf der anderen die 11 Millionen. Wo sind die restlichen fast 190 Millionen Euro? Genau diese Frage will ich heute beantworten. Jeden Euro, der nicht direkt in einen Kredit in einem der vier Themenkonten fließt, müssen wir in der Zwischenzeit bei anderen Banken parken. Uns ist dabei wichtig, dass diese Banken drei Kriterien erfüllen. Erstens müssen sie uns genug Zinsen zahlen, um den Zinssatz abzudecken, den wir unseren Kunden auf ihr Tagesgeld geben, also mindestens 2,2 Prozent. Zweitens müssen sie transparent sein. Wir wollen verstehen, was mit unseren Einlagen geschieht. Im Idealfall geben wir der Bank genaue Anweisungen, wie das Geld eingesetzt werden soll. Drittens, und das ist die wichtigste Bedingung, Sicherheit, Sicherheit, Sicherheit.